Denn sie, sie werden leben und sich mehren und nicht bezwungen werden von der Zeit, und werden wachsen wie des Wall des Bären, den Boden bergend unter Süßigkeit. Denn selig sind, die niemals sich entfernten, und still im Regen standen ohne Dach. Zu ihnen werden kommen alle Ernten, und ihre Frucht wird voll sein tausendfach. Sie werden dauernd über jedes Ende und über Reiche deren Sinn verrinnt, und werden sich wie ausgeruhte Hände erheben, wenn die Hände aller Stände und aller Völker müde sind. Die Hände 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 Untertitelung des ZDF, 2020